Batterieverschwendung jetzt. Na gut, dann gehe ich mal wieder hier rüber. Ich glaube, ich muss einen anderen Weg gehen. Da war ich wohl ein bisschen zu laut. Also muss Liz die Haare grün färben? Wieso grün jetzt? Also ich hätte tatsache grüne Farbe hier. Ach so, wegen Zorro. Oh, wow. Ey, Zorro ist cool, ja? Auch wenn er keine Orientierung hat. So, jetzt sind wir hier draußen. Hier krauchen natürlich auch die ganzen Viecher rum. Hm. Zu viele. Weniger Orientierung, mehr Abenteuer. Da kennst du dich besonders aus, Flo. Und Diablo. Für Team Sanji kann der Daos-Prinzip nicht zustimmen. Oha. Scheiß Löffelschwinger. Spinatschädel. Ich finde immer lustig, wenn er auch sagt Mooskopf oder so. Voll geil. Ach ja. Ja, wir haben es geschafft. Endlich. Ich bin voll den falschen Weg gegangen. Boah, was ist denn das für eine Riesenbatterie? Ein Säberrassler. Marimo. Oh, schön. Oh, nee. Nicht das Vieh schon wieder. Das filmt uns die ganze Zeit. So ein richtiger Stalker. Na, super. Emily im ersten Stock suchen. Ja, toll, Emily. Äh, was zur Hölle? Muss ich noch alles erkunden? Klassenzimmer, 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 Labor, Klassenzimmer. Zum ersten Stock, ja, audiovisuell, Klassenzimmer, Heizungskeller. Alles klar. Na gut, get lost. Ich bin schon lost. Spiel. Sag mir was Neues. Boah, wird sie so hart gemobbt, ey, das ist ja richtig schrecklich. Mann. Hat hier jemand von euch Chuchu Charles gespielt? Ich habe es angespielt, aber mein PC bzw. das Spiel haben sich nicht miteinander vertragen. Ich hätte sehr, sehr gerne weitergespielt. Ist schon ziemlich krass, das Spiel. Das, was wir gesehen haben. Ich habe mir auf jeden Fall richtig in die Hose gemacht. Aber leider, ja, konnte ich es nicht weitermachen. Ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann auf die Playstation raufkommt. Dann kann ich es da bestimmt besser zocken. Ist das Vieh von Ebend? Ist ja nice, ja, fände ich auch super. Das ist dunkel. Das ist sehr dunkel. Okay, so sieht bestimmt nicht die Schule aus. Ich habe es zuerst gesehen. Ich habe es zuerst gesehen. Du bist die einzige, die hier ist. Also. Genauso sah meine Schule aus. Wo bin ich hier? Ich weiß es nicht. Das ist dein wahrer Albtraum jetzt. Scheiße. Das ist jetzt aber nicht so cool. Ich fang mal hier an. Scheint, als ob der Stein auf Licht reagiert. Ah, ich verstehe. Der Stein der Weisen. Okay, ich kann es nicht woanders hin bewegen. Tell, das sieht aus wie... Flo, das sieht aus wie deine Niere. 1 zu 1. Niiche, was machst du da? Hat wieder Hunger, siehst du doch. Voll ein Loch im Magen. Scheint, als ob der Stein auf Licht reagiert. Das hat es jetzt aber gebracht. Da drüben ist irgendwas, aber ich kann es nur nicht... Da liegt jemand. Don't fight, don't tell, don't speak, don't run. Darf man wenigstens nur atmen? Also ich habe das jetzt zerstört. Das muss Niere sein. Ja, du bist ja so eine Fettniere. So. Nur am Fressen. Fressack. Na gut. Vielleicht drüben irgendwas oder so. Ja, du bist ja so. Jetzt hat unsere eklige Puppe sie verfolgt. Oh ne. eine lange treppe leiter Noch ein seltsames Buch Was für ein Leben Geil Und Trinkpäckchen Ich habe den erst beim zweiten Mal gecheckt Flo bereitet mir wieder Schmerzen Ich will auch Keks Ja Emily hat alle weggefressen Hier Sorry manchmal muss das sein Wenn es so manchmal wäre Ich soll Kekse backen Wenn du darauf Bock hast Und die Zutaten hast Okay Oh Besuch habe ich hier Und das nicht wenig Ich Ich Oh, 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 oh. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo, Mosi. Da ist eine Yu-Gi-Oh-Such gerade. Kann ich verstehen. Ähm, wo sind wir denn jetzt? Was ist der Stock? Geht mir halt auch noch ein Klassenzimmer da oben überall. Die muss ich mir auch noch anschauen. Ja, das mit dem Feuer ist nicht gut. Da ist dieser Riesenklotz dann wieder am rumlaufen. Also ist er in dem Gebäude hier. Und dieses Kameravieh auch. Und eine Puppe, die aussieht wie wir. Ich würde einfach sagen, wir gehen raus und verschwinden hier. Am Ende ist der Plot einfach. Es ist ein Albtron von Emily. Und sie hat einfach Todesangst von Sally. Ja, wahrscheinlich. Alles so in ihrer Fantasie. Äh, ja. Da ist die Puppe, die Emily verfolgt. Puppet. Riese zermatscht. Alter. Das ist schon nicht ohne. Es gefällt mir nicht, dass diese Niere mich hier verfolgt. Teddybär. Äh, schreibe ich noch. Etwas verschlissen. Ich habe gerade verschissen gelesen. Aber auf jeden Fall ihre. Yay. Oh Mann. Der verschissene Teddybär. Darum ist das so braun. Ich verstehe. Was passiert hier? Ich folge Emily immer weiter. Sie ist mir stets einen Schritt voraus. Fast als. Sie läuft. Doch nicht vor mir davon. Würde ich auch. Na klar, würde ich auch machen. Wenn so eine Puppe, die so aussieht wie du, dann würde ich auch abhauen. Ganz ehrlich? Oh, hier brennt es überall. Das ist nicht gut. Oh, hier brennt es überall. Geht. Heht. Dankeschön. Dankeschön. So. Hiebe, Larry, hiebe. Und Ben kriegt die Schläge sehr gut. Ähm, ja, cool. Vielleicht kann ich was dagegen werfen. Ja, vielleicht kann ich was dagegen werfen. Ich sollte mit Basketball anfangen. Warum mit Basketball? Vielleicht der erste Gedanke Basketball. Ähm. Ach du Scheiße. Hey, das ist ja unfair. Was soll das? Aua. Ey. Also da geht's gar nicht. Äh, große Fenster. Ich ahne nichts Gutes. Es war einfach klar. Ich hab so viel schon in meinem Leben gespielt. Es war doch einfach klar. Ähm. Das wird nützlich sein. Nützlich, ja. Ähm. Ist noch ein Schacht? Ist das nur zum Verstecken oder kann man da durch? Zum Verstecken. Gut. Tee wie Titten. Tee wie... Ja. Tot. ich weiß ja nicht ob ich mir das anschauen möchte aber ich glaube ich habe keine wahl oder kann ich gar nicht schade ich bin voll müde jetzt das hat mich so einschläfern lassen das ist echt unglaublich heilige scheiße das ding ist in ziemlich schlechtem zustand ja mein herz auch ich kann nicht was dagegen werfen ich werde wohl nicht noch mehr probleme bekommen was redet sie das ding ist in ziemlich schlechtem zustand okay das haben sie jetzt nicht gemeint auf was hat sie denn jetzt angesprochen ziemlich entstabiert die schule klingt alles so falsch sind überall solche fernseher das gibt mir gerade richtig schlechte wipes mit so evil within ohne scheiß oh mein gottes willen deine person ist ja macht der auge auf mich reck das geht ich bin in kann ich ich bin in kohin ich bin in kohin stöne was soll das das ist du knetest teig was erwartest du was der teig denn von sich gibt also wirklich du sau ein bruder küsst sein auge ja oh mein gott wo sie danke für die 130 bits was sagt den astronaut bei einer erkältung husten wir haben wir haben ein problem ja du auch gleich das ist mich gerade erschrocken habe gerade auf anderen bildschirm geschaut verdient zum einen dass ihr damit leidet und zum anderen was schaust du woanders hin was soll das kuckuck hallöchen rast du einfach dadurch erst mal so ein auge da im schacht ich rede einfach nicht mehr was soll denn das vogel geswitcher kann ich das darauf werfen das erste mal dass ich so ein vogelkief ich finde so auch so Keine Ahnung, habe ich aber schon eine Menge verpasst? Hier sind überall diese Monitore. Nicht gut. Dann stürb halt so. Verrück dich Musik, alles ist gut. So, wir sind jetzt hier drüben. Da braucht man Schlüssel für Klassenzimmer 202. Hier komme ich ja eh nicht mehr durch. Und hier ist auch alles kaputt. Schrei doch nicht. Oh, jetzt werden wir jetzt zwei Minuten eingesetzt. Hallo. Hallo. Hallo, Sense. Draußen sind auch sehr viele. Emily, Uwu. Uwu, nein. Ging allein. Auf die Toilette. Und Schissi, nein. Sieht nützlich aus. Uwu. Uwu. Ich muss schon am Schacht. Oh, ein schöner Raum. Hallo. Run. Ja, ich... Nee. Ja, jetzt haben wir schon drei, jetzt können wir eine richtige Kette daraus machen. Emily wird wie ein Rasenmäher dann funktionieren. Kann ich jetzt aufhören, so zu reden? Das tut mir nicht gut. 20 Sekunden nach. 20 Sekunden nach. Er ist auch gesagt. Ja, seit heute bin. Zeit ist um. Okay, Gott sei Dank. Das ist auch neu. Okay. Missing, missing, missing. Du Scheiße. Was ist, wenn gar nicht Emily vermisst wird, sondern Sally? Was ist, wenn sie vermisst wird? Noch ein seltsames Buch. Sie ist weg. Ich habe heute alleine zum Mittag gegessen. Ich bin jeden Tag alleine. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Keiner will mit mir reden. Ich möchte sie unbedingt treffen und erzählen, was los ist, aber ich finde sie nie. Ich will sie zwar nicht nerven, aber ich bin traurig und weiß nach der Schule nichts mit mir anzufangen. Sobald die Glocke läutet, schmeiße ich alles in meine Tasche und renne zum Ausgang. Dort sehe ich sie mit ihren Freunden und ich würde ihr gerne nachgehen. Aber sie ist schon so weit weg auf dem Weg zur Arcade. Heute habe ich mir wirklich Mühe geben, sie am Ausgang zu treffen. Aber sie war schneller. Geht sie absichtlich früher? Will sie mich loswerden? Das klingt alles nicht so toll. Sobald die Glocke läutet. Oh, wir sind jetzt auf der anderen Seite endlich. Gut, dann kann ich ja nochmal hier schauen wegen den anderen Klassenzimmern. Wenn wir schon hier sind. Ich kann sie nicht finden. Um... Um... Außen ist irgendwas passiert. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, cool. Ab in den Puppenraum. Finde ich ja ganz klasse. Das ist ja... Uwotastisch. Noch ein seltsames Buch. Im ersten Stock ist es unheimlich. Dort ist das Labor. Und jedes Mal, wenn wir dort Unterricht haben, müssen wir hoch in den ersten Stock. Die Kinder dort sind älter und gemein. Die Kinder aus meiner Klasse machen sich zwar über mich lustig, aber die dort oben sind noch schlimmer. Ich habe Angst vor ihnen. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur zum Spaß so fies sind. Ich glaube, das sind richtige Monster. Ich versuche zwar, ihn aus dem Weg zu gehen, aber ich glaube, manche verfolgen mich nach der Schule. Vielleicht kann Sally mir ja helfen, wenn ich ihr das erzähle. Was ist, wenn das jetzt alles hier so ein... Das ist jetzt das Albtraum, was die beiden durchmachen, weil sie halt gemobbt werden. Und diese Monster, die da gerade alle sind, sind halt die Schüler. Dass sie sie nur noch als Monster sehen. Okay. Mhm. Ich habe ja ein ganz blödes Gefühl jetzt. Oh scheiße. Oh fuck. Ich bin auch nicht durch. Am Emily, ja nicht nur Emily, auch Sally halt. Beide. Beide in diesem Albtraum. Zu welchem Raum geht das jetzt hier? Was geht zum Klassenzimmer? Okay. Was soll mir die scheiß Puppe eigentlich da unten jetzt sagen, dass ich da lang muss? Gefällt mir nicht so. Leider da noch aus, ne? Emily wurde von der Puppe verfolgt. Na ja. Bei Puppen kriege ich Paras, ne? Ich habe schon schlimme Sachen ins Spielen erlebt mit sowas. Boah. Wie gesagt, die Fallenkarte, Chloe, der Mod, was? Ich bin gerade so... Ich bin gerade so... Ich bin gerade so eingespannt. Hallo, Goku. So, neue Ebene. So, neue Ebene. Wie gesagt. So... Wie gesagt.